Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und ich begrüße euch zu einer kleinen Mod-Vorstellung für die 1.32 Beta vom Eurotraxen-Manager 2. Den ähnlichen Skin haben wir natürlich schon mal gesehen von dem Trailer und jetzt hat sich der Pommes nochmal herangesetzt von KPW-SK und hat nochmal für den LKW ein bisschen was umgezwitscht. Und ja, der eine oder andere kennt das wahrscheinlich und ich werde alle beide Skins natürlich dann auch vielleicht morgen im Livestream zeigen. So, ja, gehen wir doch ganz kurz mal hin zu unseren Auflieger. Wir können natürlich einige Auflieger, äh, ich habe hier einen Mod drin, äh, ja, können wir natürlich hier umändern. Wir gehen zu den längsten und, äh, zaubern wir mal die Lackierung. Ja, also ihr könnt das natürlich, äh, so wählen, so wie ihr das möchtet, ja, ist alles kein Problem. Ja, die Lackierung, die passt sich natürlich an, ne, also sollte jetzt nicht so großes Problem sein, der Anbauteil, da hat sich jetzt nichts getan. Wenn wir jetzt mal einen anderen, äh, ja, Auflieger nehmen, das passt alles. So, auch hier wollte ich euch nur ganz kurz sagen, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch natürlich den Link, äh, holen und dann euch den quasi runterladen. Auch für den Lkw, sagen wir mal, wo ist der Lkw? Ich muss erstmal noch mal gucken, wo hier alles hier ist, nochmal. Ähm, für den Lkw, natürlich Scania gehen wir da hin und da haben wir den auch hier zur Auswahl. So, hier ist der Scania, dann wählen wir den mal aus und dann finden wir hier oben einmal diesen Skin, ne, und einmal den hier. Ja, könnt ihr euch auswählen, welcher euch denn am besten gefällt. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ob nun Skin 1 oder Skin 2 euer Freyfish-Skin ist. So, jetzt gehen wir mal raus. Könnt ihr euch alles, äh, runterladen und dann würde ich sagen, fahren wir mal ganz kurz. Soll nur ein ganz kurzes Infovideo sein. Ich freue mich natürlich riesig, dass es Leute gibt, die sich da schon ransetzen. Auf Steam Workshop gibt es die Sachen noch nicht. Macht natürlich Sinn, weil die 1.32 ist ja noch nicht offiziell. Draußen ist ja alles noch eine Beta. Und jetzt gibt es hier ordentlich Stau. Ja, warum Stau? Weil ich hier more Traffic drin habe. Machen wir es mal so hier. Und dann setzen wir einfach mal hier ab. Und dann fahren wir. Und natürlich bin ich wieder gespannt, was die Community noch so alles macht. Eine andere Sache wollte ich ja noch ansprechen. Ihr könnt natürlich auch euch mal heransetzen bezüglich der ganzen Kanal-Oberfläche. Die ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn da jemand ein bisschen was rumbustern möchte, neue Spiele reinbringt. Ob das nun, ja, Hauptbild natürlich Eurotrack-Simulator, ne, kann man ja vielleicht so ein schönes Bildchen selber machen. Denn den Landwirtschaftssimulator oder halt Battlefield, Forza Horizon oder Anthem, ja. Alles, was so bei mir in die nächsten Monate denn auch alles kommt. Civilization 2 kommt auch. Ja, wer da Lust hat, kann natürlich für meinen Kanal auch was bauen. Und ich will aber jetzt hier einen Fisch machen, weil wir werden den Skin natürlich doch mehr sehen, wenn wir am, ja, Freitag einen Livestream machen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.